Ja toll, ich kann hier auch nichts machen. Boah! Boah, Alter. Hammer! Ja, ist klar. Ich werde die ganze Zeit angeschossen, vor wem auch immer. Ha, ich habe einen mit der Granate getroffen. Bam! Das wird zwar mehr Lack als das andere, aber gut. Boah! Ja, toll. Über uns, auf dem Berg. Es ist doch nicht dein Ernst, ey. Boah, was war das denn? Ich bin zu blöd, ein Sniper auf zwei Meter zu treffen. Ja, gut. Ach, einen habe ich erlissen. Warum bin ich schon wieder Sniper? Warum habe ich die Klasse gerade nicht geändert, ich Idiot? Hab ihn! Nein, tot! Ich glaube, ich nehme noch ein Neu auf, das will ich gar nicht hochladen. Boah, kusch dich! Wie soll ich denn, wenn jemanden hier treffen? Boah. Alter. Ja, ist gut. Ja, toll. Oh, oh Gott. Boah. Ja, toll. Shit. Der steht da unten direkt am Hang. Was soll ich denn da machen? Ich kann mich nicht mehr ein Stück nach vorne wagen. Ja, und wieder tot. Oben, 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 oben. Boah. Alter. Ah, voll draufgehalten. Ey, ich habe gerade nichts drüber. Komm, wir zacken jetzt gerade. Boah. Es geht mir schon wieder auf den Sack, ey. Ist voll lustig. Ah, lustig. Ist das? Fritt doch das. Ja, komm, wir wissen es alle, er ist schon wieder kaputt, ey. Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Ah, Fahrzeug zerstört, schön. Ja, ich habe noch den ganzen Tag nichts drüber, das kann es tun, als mit dem Stecks wenn wir es nicht spielen, ey. Ach, äh. Das Dämon hat uns zufrieden gebracht. Wir sind zufrieden, wir sind zufrieden. Schick. Epic Fail Die Punkte habe ich dir gemacht Oh, 340, ich bin besser als du, Oliver Doppelt so viele Punkte Oh, also, ja, das ist schön Kann ich wieder mit meiner Pumpkin spielen Ja, da hast du im Let's Play Fail gemacht Ja, da hast du voll den Vorteil Was habt ihr gemacht? Was habe ich für den Vorteil? Ich bin in dem Spiel voll schlecht Ja, meine Stärke, meine Vorschein Äh, Level 9 So So, das, was sind wir noch? Ähm, ja, das und das Sind wir angreifen oder verteidiger? Ja, wir müssen gleich flankieren, ne? Ja, ich gehe immer links rum Das ist am sichersten am Wasser Ich habe gerade ein Goldwasch gemacht Ne, wir spielen aber Obero Ja, jetzt habe ich deswegen scheiß Waffen Nee, nicht wirklich Können wir jetzt auch irgendwann mal Gegner vor die Fresse laufen? Wäre ganz nett Hallo Oh, ich laufe hier ganz hier allein rum Oh, wie ich die Steuerung nicht mehr im Gehirn habe hier Ja, ich kann ja auch voll nicht mehr irgendwie Und ich finde irgendwie, die gucken jetzt so langsam hier, weißt du, so Boah Schön, ich wurde vom Panzer weggebombt, danke Und durch die Gasse Boah, ich will doch nicht zackig eine Scheiße Sechs Prozent, ey Niemand sich doch aufrecken Halt der mich auch noch gleich ab, ey Der hat voll in die Fresse geschossen und der stirbt mich Hätt ganz klar nur eine Rache 20.000er Leiter Boah, wie dieser Panzersteil geht, ey Ist ja überhaupt nicht heftig, oder so Wieso kommen wir von hinten? Komm her, du Sau Diese kleinen Fruchtzweige, los, wir messen die jetzt auf Was hast du denn gemacht? Was war denn das jetzt? Hab dich, du Sau, renn dich vor mir weg, man Geht euch ein bisschen rückendeckend, aber ich sag nicht, wo ihr langlauft Folge der Karte Boah, was geht denn die davon? Ich bin Pionier Ja, aber ich hab, äh, Min Boah 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 Dieser fette Soldat, der kommt nirgendswo durch Pass auf Alter, ey Ey, immer noch null Punkte, oder was? Ich gar nicht, ey Boah Boah Stirb nicht, nein Aber wenn das Schlaggleich, ey, ins Lobby wechseln, ey So weiter geht Ja, Mann, los Ja, beschädig Hey Ja, bitte bescheuert Alter Ich will still nicht Ich weiß, ob ich keine Punkte dafür bekommen, ey Sackrate Ich hab das schon mit dem Raketen mehr voll Ist egal Ah, ah, ah Ich bin bei Farb, ich verstehe, oder? Bei den Schaden Wie Ach, wir sind schnell Doch, wasch Wir sind gleich zu gehen Wir sind gleich zu gehen Feinde Feinde Freize Sie aus Ey, lass mal außen rumgehen Wintendrin ist viel cooler. Ja, ja klar, da bist du voll im Kreuzfeuer. Hast du mehr Gegner zum Töten? Boah, was zum Geier. Ja, im Haus ist auch einer. Ja, ich bin im Haus. Er rennt gerade auf der Straße. Ich bin oben im Haus durch. Wurde gesichert! Kommen jetzt alle von den... Zwei vorm Haus. Drei vorm Haus. Warte, wo bist denn, du Aldi? Wo sind die Säcke? Ich auch! Ich bin die Idee, der gerade wurde auch überfahren, danke! Schick! Nice! Keller, ey! Watt, Boss? Gibt's denn jetzt noch was im Drückspiegel? Boah, ich könnte jetzt hier rumcampen, ey. Das sind sogar scheiße. Ah! Entschuldigung! Dass ich dich direkt dazu bringe, Menschen zu töten! Ah! Ah! Da sind wir! Ah! Den mach ich jetzt kaputt! Mach ich... Mach ich jetzt kaputt! Zumindest versuch ich's! Ich mach dich kaputt! Mein Spielfeld! Mein Spielfeld! Ah! Der spielt so viel zu schnell! Brauchen wir Munition von euch? Nö, nö! Ist nicht das Problem! Ich hab aber noch keinen Schuss bisher abgegeben, weil irgendwie kein Gegner von meiner Nase rum wird! BAM! In your face! In your face! So, noch einen! Wer will noch einen Headshot kriegen mit der Pumpgun direkt in die Fresse! Hallo! Ich bin einer von euch, Idioten! Hey! Junge! Bleib grad chillig hier! Geh mal nach oben! Boah! Alter, was ich... Man, gehen wir auch gerade mit Tango! Fahr da aus! Die hier steige bitte, ey! Boah! Verpack ich das Scheiße! Wow! Ich hab mich das zerlegt! Schön, Lucas! Den hast ich irgendwie auch irgendwie gesehen! Hinter euch! Hinter euch! Ja, doch nicht! Doch, dahin nimmt keiner! Ich bin tot! Scheiße! Haben die Fallung gebracht! Äh, das war auch ein Squad! Also! Jo! Aufs Dach, Leute! Nehm jetzt auch mal eben einen Pionier, dann kann ich mich! Tracer-Pistole! So! Ach du Scheiße! Boah! Ich geh da mal so steil hier! Das ist zum Kotzen! Ich hab eine ruhige Runde Battlefield zu spielen! Nee! Weißt du wie lange ich das Spiel schon nicht mehr gespielt hab? Von heftig, oder? Ja! Ich zock's aktuell auf PS3 nur! Nichts anderes! Und wir müssen das nicht über unsere Deutsch lernen! Ja! Ja! Ja, gegenseitig gekillt! Wir sind gut! Bam! Mann, ich bin so schlecht! Ich hab mich gar nicht! Ich hab mich gar nicht! Geht echt überhaupt! Vielen Dank.